Tantanmen-Ramen gehört in Japan fest zum Speiseplan und ist eine der Rahmenspezialitäten, für die das Land so bekannt ist. Tantanmen-Ramen sind angelehnt an die chinesischen Dandan-Nudeln und daher kommen auch ganz viele der Aromastoffe und deshalb ist Tantanmen auch relativ scharf. Wir bereiten Tantanmen heute in einer vegetarischen bzw. veganen Variante zu, denn das funktioniert mit der Suppe ganz einfach. Wir legen los mit unseren Eiern, die lässt du für die vegane Variante natürlich weg. Die habe ich gekocht und anschließend geschält und mariniere sie jetzt in einer Mischung aus Sojasoße, Wasser und Knoblauch. Das geht besonders gut in so einem Gefrierbeutel, den du dann wiederverwenden kannst. Für unsere Hackkomponente hacke ich jetzt erstmal Ingwer, Knoblauch und eine Schalotte, sehr fein. Anschließend braten wir das Knusprig in einer Pfanne an und geben unser Hack dazu. Ich habe hier jetzt einen Hack auf Pflanzenbasis und das funktioniert hervorragend, denn wir haben großartige Gewürze mit dabei, sodass nicht mal die größte Fleischkatze da den Unterschied schmeckt. Deswegen eignen sich Tantanmen-Ramen auch so hervorragend für die pflanzliche Variante. Sesamöl und Sojasoße sorgen außerdem noch für extra Aroma und dann braten wir das Hackfleisch einfach knusprig an und stellen es kurz zur Seite. Für unsere Brühe verwende ich Gemüsebrühe. Die kannst du entweder selber machen oder so wie ich ein Brühpulver verwenden. Die aromatisieren wir zusätzlich noch mit 5 Gewürzepulver. Das kriegst du im Asia-Shop. Das enthält unter anderem Anis und Fenchel und schmeckt einfach hervorragend nach Urlaub und ist so ein Geheimtipp für die Asia-Küche. Außerdem haben wir noch Sojasoße mit dabei und wenn die Brühe dann gekocht ist, kommt uns kurz unser Packchoy dazu und darf garen, aber nicht zu sehr. Wir blanchieren den im Endeffekt nur. Dann darf die Soße kurz köcheln und wir bereiten unsere weiteren Toppings vor, denn wir brauchen noch Sprossen und Frühlingszwiebeln. Die Frühlingszwiebeln einfach fein hacken. Was die Nudeln betrifft, koche ich die Nudeln einmal nach Packungsangabe. Meine sind auch in 30 Sekunden schon fertig und dann ist auch schon Zeit, unsere Suppe zusammenzubauen. Denn wir haben erstmal eine Basis, die wir zusammenrühren müssen. Dafür habe ich hier Tahini, die leckere Sesampaste, außerdem Sesamöl, Chiliöl und Sojamilch. Und du merkst schon, das ist alles vegan und das ist auch tatsächlich im Original-Tantanmen-Rezept. Also wir verwenden ja keine Substitute, sondern halten uns ganz brav an das, was man tun soll. Und dann kommen auch schon unsere Nudeln mit dazu, die Sprossen, außerdem die Frühlingszwiebeln, Pak Choi und das Hack darf natürlich nicht fehlen und unser Ei. Nach einer Viertel bis halben Stunde sind die Eier auch schon lecker und fertig. Die genauen Anweisungen findest du wie immer auf heißehimbeeren.com und ich lasse mir die leckere Tantanmen jetzt schmecken, die übrigens meine Lieblingsrahmen ist.